Servus, mein lieben Profis und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Wir teleportieren uns mal nach Damaskus, beziehungsweise wir überspringen mal, bis ins Büro. Wo wir das letzte Ziel vor unserem richtigen Feind erledigen. Genau, nutze ich. Okay. Wir quatschen mal sofort mit unserem Kollegen hier, der uns ja eigentlich nicht so sehr mag. Der Held von Damaskus. Doch, er mag uns. Das war jemand anderes. Ich fürchte, dazu fehlt mir die Zeit. Ah ja. Seid ihr nun zu wichtig für mich? Das ist es nicht. Nein, nein, natürlich nicht. Wie kann ich euch dienen? Al-Mualem befahl mir, das Leben eines gewissen Juba'ir zu wählen. Ah, Salah al-Dins führender Gelehrter. Eine wunderliche Wahl, wenn ihr mich fragt. Aber wer bin ich, um des Meisters für ihn anzuzweifeln? Er wird seine Gründe haben. Dann kennt ihr also den Mann? Er war jüngst sehr beschäftigt. Er organisiert die Gelehrten und schickt sie raus, um zu predigen. Und was predigen sie? Licht und Feuer, Läuterung der Sünde, apokalyptischer Unfug, wenn ihr mich fragt. All das Geschwätz von Wegen und einer neuen Welt. Was für eine neue Welt? Weiß nicht. Ich achte nicht auf das Gefäß von Geisteskranken. Dafür habe ich viel zu viel zu tun. Nun gut. Ich mische mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Wo schlagt ihr vor, soll ich suchen? Südlich von hier sind eine Akademie und ein Wachtturm. Dort solltet ihr fündig werden. Zudem gibt es ein Hospital im Osten, das ihr besuchen solltet. Ich beginne sofort. So voller Taten dran. Ihr habt euch verändert. Zum Besseren möchte ich hinzufügen. Nicht ganz ehrlich, hat mir der Charakter von Alter hier echt nicht gefallen am Anfang. Aber ich finde, er entwickelt sich einfach zu was Besserem. Zu wem Besserem? Moment. Schnell vorankommen, das bringt mich dazu, das zu tun. Ich weiß nicht, ob ich hier in Damaskus, aber wahrscheinlich schon, ob hier auch die Wachen jetzt aufmerksam sind. Und es ist unsere Pflicht, sie bis zum Tone zu verteidigen. Fort! Die Kreuzfahrer müssen besiegt werden. Okay, Problem gelöst. Schön. Ja, die Wurfmesser sind schon was Tolles. Das macht schon den Unterschied aus. Gefällt mir. So, mal gucken, wie viele Wachtürmer wir hier haben. Letztend Aussichtsposten sind es ja, nicht Wachtürmer. Ich habe auch da unten schon zwei Flaggen gesehen. Die hole ich mir gleich auch noch, denke ich. Wobei, eigentlich wollte ich, das war ja so eine Aufgabe, das wollte ich machen, wenn ich das Spiel mal zwischendurch streame, um das dann im Stream auf 100% zu machen. Ich muss bloß gucken, ob ich mir den Spielstand irgendwie auf der Festplatte ziehen kann, damit ich den dann in Zukunft nochmal spielen kann. Aber, ich habe da unten irgendwo schon einen Questgeber gesehen. Genau, da vorne. Zu dem müssen wir hin. Direkt an der Tür steht er. Der gute Herr Kollege. Und hoch mit dir. Ich werde mich nicht verletzen, das sage ich dir. Ich habe jetzt gar nicht gehört, wie viele Aussichtspunkte das sind. Ups. Naja, egal. Schlechte Neuigkeiten, Bruder. Oh, oh. Ich habe heute Morgen einen Templer getötet. Oh, oh. Nun, das ist wohl eher eine gute Neuigkeit. Ich habe sogar einen Brief bei ihm gefunden. Ich gab ihn nur mal ihr. Aber eurem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hat er ihn euch nicht übergeben. Nun, dann geht. Sucht nur mal ihr und nehmt den Brief in Empfang. Wo ist er denn? Okay, in die Richtung. Zack. Hoch mit dir. Wir haben nur anderthalb Minuten. Ne, habe ich auch nicht, weiß ich. Ganz vorsichtig, Kollege. Niemand hat die Absicht, hier runter zu stürzen. Nein, du sollst da nicht holen. Ich wollte nur die Flagge mitnehmen. Letzte Minute läuft, Kollege. Wir haben fast nichts vom Weg geschafft. Jo, mache ich. Wir müssen aber noch... Ach, nein, schaffen wir das? Ich hoffe es doch. Aber wir finden gerade so viele Flaggen auch, ne? Fällt mir gerade mal auf. Ich wollte doch gar nicht zum Aussichtsposten. Ich wollte doch da hin. Ich habe schon aus reiner Gewohnheit, wollte ich gerade schon zum Aussichtsposten sprinten. Moin. Alter, ihr, hier. Nehmt dies. Ich habe überall nach euch gesucht. Jetzt kann ich endlich zurück nach Masjaf. Zum letzten Mal habe ich meine Hilfe angeboten. Zum letzten Mal? Was soll das denn heißen? Okay, da unten ist ein Bürgerretter. Aber wir holen uns jetzt erstmal eben fix den Aussichtsposten, den ich hier gerade gesehen habe. Da vorne. Damit ich das wieder weiß, wie viele Aussichtsposten das jetzt eigentlich sind. Schwupp. Moin. Gar kein Problem. Ich schmeiße hier mit Wurfmessern um mich ein, als gäbe es keinen Morg. Das sind doch gleich wieder alle, ey. Nur vier Stück von zehn. Oder können wir mittlerweile 15 tragen? Ich meine, wir können maximal 15 tragen. Und dann dürfte das jetzt der Fall sein. Weil ich meine, wann sollen wir denn sonst noch so viel Ausrüstung dazukriegen? Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Okay, da ist schon. Wir müssen gar nicht noch höher. Das ist gut. Dann kann ich jetzt mal eben kurz gucken, wie viele Aussichtsposten das sind. Weil ich weiß es. Ich habe es gerade echt vergessen zu gucken. Also übersehen. Es sind... Sieben. Okay, zwei von sieben haben wir schon. Sollte mich das Schaffer einnehmen, ist er nicht... Ah, okay, die sind auch alarmiert hier, die Wachen. Lala Aldin reitet ihm entgegen. Um diese barbarischen Taten zu rächen. Betet das Gott. Gepriesen sei sein Name. Mit uns sein werde. Ich habe genau das, was wir uns in die Schenken. Ich bin arm und krank und ruhig. Meine Familie ist groß. Okay, die sind das gar nicht. Wer hat die Kraft gefunden? Die sind das gar nicht. Ich dachte, die beiden werden das wohl. Okay. Wo ist denn hier die Aufgabe? Wir müssen da rein. Ja, gut. Okay. Dann auf geht's. Hoch da. Wir müssen da drin irgendwen belauschen. Okay, wenn der mich so anguckt wie in dem Auto. Mein Gott. Dann clear ich das mal eben kurz hier oben alles. Ist ja gar kein Problem. Auch ihn clear ich mal eben. Das ist ja jetzt so gar nicht das Ding. Okay, die sind da vorne, aber das Ding. Verstehe ich schon. Wenn die hier reinkommen, ist das natürlich ein ganz krasses Ding. Dann sollen die hier mal eben kurz wieder rausspazieren. Dann gehe ich mal eben wieder runter. Ich glaube, da vorne auf die Bank sollte ich mich dann hinsetzen, um dementsprechend... Moin. Muss mich doch wahrscheinlich hier hinsetzen, um... Ups. Ja, nicht ganz so. So. Ich möchte ihn sehen. Ich möchte ihn hören. Das kann ich veranlassen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Es gibt immer noch viele, die sich der Erleuchtung verweigern. Sie könnten ihm schaden. Dann sind sie ignorant und ängstlich. Ihr scheint es ernst zu meinen. Aber kann ich euch wirklich trauen? Es schmerzt mich, dass sie mir diese Frage stellt. Nun gut. Wir versammeln uns jeden Tag in der Madrasa. Er spricht zu uns und führt uns in die Stadt, auf das wir sie reinigen. Kann ich mich anschließen? Bedenkt, dass wir einen steinigen Weg beschreiten. Unsere Arbeit erfordert Opfer. Ich verstehe. Dann kommt und trefft euch mit uns. Wir werden sehen, wie stark ihr seid. Nein, ihr versteht es nicht. Ne, verstehe ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Komm, geh weg. Nein, darum macht er das. Du ein Vermögen für meine Kinder. Bitte. Meine Familie ist groß und gut. Ich muss hier irgendwie hochkommen, Leute. Ah, da geht es hoch, okay. Schön, geschafft. So, dann nehmen wir den Aussichtspunkt noch mit, weil hier direkt vor scheinbar... Ja, ich trete garantiert nicht zurück. So, hier scheint ein Aussichtsposten zu sein irgendwo. Da vorne, denke ich. Ich muss sagen, direkt an diesem Gebäude, an dieser... Ja, an diesem kleinen Hof. Hoffestungsmäßiges Ding da. Ihr wisst, was ich meine. Wusste ich doch, dass da irgendwie ein Aussichtspunkt ist. War ja beim letzten Mal genau das Gleiche. Wieso wollte er da jetzt nicht hoch? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Er gibt noch nicht ganz so viel Sinn, aber irgendwie wollte er da gerade nicht an diesen Vorsprung fassen. Zack, zack, zack. Ups, falsche Taste. Mein Gott, einem bin ich doof. Warum will er da gerade nicht hoch? Verstehe ich nicht. Er soll doch nur diesen blöden Aussichtspunkt da hochgehen. So, ich muss... Ah, okay. Ich wusste, es gab einen Aussichtspunkt hier in dem Spiel. Der war ein bisschen buggy. Da musste man sich hochpacken. Und das war scheinbar der. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich habe mich gefragt, ob sie den Bug irgendwann mal gefixt haben. Und deswegen finde ich den nicht mehr. Aber haben sie scheinbar nicht gemacht. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zurück. Holen uns den Bürger retten hier vorne. Hier suchen wir erstmal ein Wurfmesser verballern. Was soll's. Drei von sieben. Schöne Sachen. Moin. Na komm. Gehen wir mal eben kurz hier hoch. Zack, zack. Ey, hier finde ich echt viele Flaggen, Alter. 14 Stück schon. Krass. Ist ja genau die richtige Richtung, wie ich hier laufe. Ja, genau die richtige Richtung. Okay. Zack, zack. Weg damit. So. Ach Mist. Gar nicht gesehen, der hat mich greift. Aber ist okay. Also. Versuch's doch. Flossen weg. Sehr gut. Zack, zack. Genau. Eine Rede. Flossen weg. Zack, zack. Zack, zack. So, wir haben den noch. Und der ist sowieso halbster. Das ist eine normale Sache. Aber die, die halt ein bisschen mehr drauf haben, die halt ein bisschen mehr Skill haben, da bin ich mal ganz froh, wenn die weg sind. Wolltest du jetzt noch, oder? Ich danke euch. Okay, die Wache ist völlig perplex. Das schwöre ich. So, ohne es zu sehen, Leute. Da merkt man mal, das Spiel habe ich mehr als nur einmal gespielt. Langsam bin ich wieder richtig drin. Okay, machen wir den Taschendiebstahl als nächstes und ziehen dann hier runter. Ja, machen wir mal so. Machen wir mal. Komm, Leute. Hier, mach mal einen Taschendiebstahl. Zum Beispiel, ich bin hier. Nö. Das ist ja das Schöne, wenn solche Banditen, dann, äh... Wenn die plötzlich sehen, dass du ein Schwert ziehst, dann haben die keinen Bock mehr. Mist, okay, da kann ich jetzt schlecht rangehen. Ich kann grad nicht. Okay, dann machen wir jetzt erst den Taschendiebstahl. Das ist schön. Die haben genau das, was ich brauche. Ach, nee, das ist, ach, das ist Prügel. Prügel gibt es hier. Okay. Taschendiebstahl sehe ich noch gar nicht. Hier gibt es nur ein bisschen Prügel. Ein Prügel ist, ist gut. Doch. Oder muss ich einen Taschendiebstahl brauchen? Nee, ah, das ist doch ein Taschendiebstahl. Mein Gott, ich wollte grad sagen. Wir haben den Ort gefunden. Es ist genau, wie ihr gesagt hattet. Ich schätze, er wird sich selbst darum kümmern wollen. Und das schnell. Am besten sagen wir den anderen nichts. Eine sehr weise Entscheidung. Offen gestanden. Ich bin froh, wenn all dies vorüber ist. Ja, bin ich froh. Halt, mein Freund. Halt. Heute werden die Letzten dem Feuer übergeben. Junge, komm her. Hast du den Brief noch, den ich dir gab? Ja. Dann geh und überbringe ihn. Du findest den Empfänger in der Madrasa. Der soll jetzt hier rausgehen. Mein Gott, ich mag das nämlich nicht, dass hier die ganzen Verrückten rumrennen. Und mich die ganze Zeit schlagen wollen. Da soll ich einfach rausgehen, damit ich draußen ein bisschen Ruhe habe. Um ihn dann endlich zu bestehlen. Na komm, geh weiter. Ich hab meinen Verstand verloren, ist ja wohl klar, oder? Ja. Okay, gut. Damit ist mir das alles völlig egal, weil ich hatte keinen Bock, dass er da hinten Richtung um die Truppen geht. Weil da haben wir jetzt nämlich alles ein bisschen unnötig schwer. Gut. Das haben wir auch schon mal ehrlich. Dann geht's jetzt hier runter. Aussichtsposten. Leute, wir kommen richtig gut voran. Den Aussichtsposten machen wir jetzt einfach nochmal. Ich denke, das ist ein guter Deal. Und dann machen wir, äh, machen wir Feierabend für heute. Äh, für diese Folge. Dann sagen wir, man wird ja wohl hier irgendwo noch hochkommen. Hm, okay, hier nicht. Kurios. Darf ich hier hingehen? Oder machst du dann Probleme? Ne, der macht keine Probleme. Okay. Ah, okay, da draußen ist halt der Trupp gerade. Ey, der soll hier doch einfach nur hochklettern. Alter, hier. Was ist los? Bitte einmal da hoch. Puh, der ist ja da doch hochgekommen, oder vertübe ich mich da jetzt gerade? Okay, die Truppe geht jetzt wohin? Na gut, okay, scheint auch gar nicht hier das Gebäude zu sein. Ich bin noch ein bisschen lämlich. Ich habe gerade vorhin von der Mauer gesehen, dass hier hinten noch ein Turm ist. Und das wird dann wohl wahrscheinlich der hier sein. Genau. Schön. Die beiden sind weg. Perfekt. Zack, gehen wir hier hoch. Auf das eine Gebäude sollen wir dann scheinbar gar nicht drauf. Und deswegen wird man da wahrscheinlich auch nicht so leicht hochkommen. Okay. Gehen wir mal hier rüber. Hier scheint der irgendwo. Genau. Da ist der Vorsprung. So. Das haben wir geschafft. Der Bürger retten da unten, holen wir uns jetzt noch? Ja komm, machen wir den jetzt auch noch in der Folge, weil das jetzt so schnell ging. Schneller als eigentlich erwartet. Zack, zack. Ja, komm. Das war unfair. Ich war noch gar nicht wieder bereit. Ich lasse ihn weg. Genau. Zack, zack. Genau. Dich hole ich mir. Das werde ich mir doppelt und dreifach überlegen. Zack, zack. Zack, zack. Komm, stehen so. Gut, dass wir gerade vorbei sind. Perfekt. Noch eine Minute und sie hätten mich empführt. Perfekt, Leute. Perfekt. Wir sind einfach gut, Leute. Also ich definitiv nicht. Ich werde mich jetzt für Beendigung dieser Folge auf diese Bank setzen, damit mich keiner findet. Und wir sehen uns an der Stelle dann beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt Kommentare und schaut in die Videobeschreibung. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos. Euer Neko-Typ. Cheerio. Cheerio.